So, gehen wir mal weiter. Jetzt haben wir die Nächte bis lang durchgehalten. Ja, das wollte ich gerade sagen. Jeder hat sich kein Urteil zu erreichen. Das kommt mal auf die Wiese in den Bild von der Schwarze. Trotzdem, ich freue mich, wenn ich Sie wieder sehe. Ja, wie lange kennen Sie alle? Ein paar 30 Jahre. Was Sie nicht wissen, dass Sie mich jetzt sagen, ganz früh kamen Sie ein in die Messe, und dann nicht in die Messe, sondern sofort in den ersten Stock, da war der Kickinger-Schweiß. Da war der Kickinger-Schweiß. Dann kamen Sie mit einer Einfluss? Ja, dann kamen Sie spontan.